Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 Wir sind ja hier immer noch dran eigentlich Ja ich mach ein bisschen mehr als verlangt wird Ich befreie das ganze Gebiet hier Aber auch einfach Das war doof Was ich möchte F*** Ich kann es nicht sehen Du wirst nur deine Zeit Vor allem an den Lut Ich möchte den Lut mitnehmen Ich gehe leicht an dich Nichts worry Wir müssen ihn immer noch so finden Also wir haben ihn gebunden Aber wir müssen ihn befreien Keep your eyes peeled. I see several heavy hitters. Hey, I will find you, you know. And when I do... I'll go easy on you, don't worry. I promise. Yeah, there is a lot of damage. Keep your eyes off. Okay, here's a little bit. Let's go back. Go ahead and take it right. Speichel wieder. Assasin. Ich mach ihn bisschen auf Assassin's Creed. Und leider haben wir schon wirklich zu viel dabei. Alter Junge. Wieso immer? Das ist... ...zu schnell. Die möchte ich nicht zerstören, weil die find ich ziemlich nice irgendwie. So, ne ich erst mal wieder. Da hab ich ein bisschen Chaos veranstaltet, wie es aussieht. Ich möchte gerne schauen, ob hier was drauf ist. ... 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 Die Erfahrung im Assis-Indings wechs steht hier. Was nice ist. Okay, waren wir schon drinnen. Ich glaube, wir haben hier draußen ziemlich alle erledigt. Oh, wait. So ist das das offen ist. Das ist das Haus, das ist das Wist. Was? Was hat mir das jetzt gebracht? Absolut gar nichts. Absolut gar nichts. Ich kann nicht noch verstaunen, dann gibt es noch ein bisschen mehr Ebenen. Ich glaube, das war jetzt wirklich alles, was draussen war. Okay, da waren wir auch drin, ja. Alright. Ich weiß, ich ziehe die Mission ziemlich in die Länge. Okay. Müsste man ja gar nicht. Aber ich möchte. Okay, unter uns ist jemand. Auf dieser Ebene ist jemand. Der liegt doch gleich wieder oben. Der liegt doch wirklich, was wir hier oben waren. Ansonsten kommt das schwer zum Einsatz. Da gibt es da auch noch jemand. Ich stehe einen von Medipack aufblücken. Das reicht schon um die umzubringen, ok wusste ich gar nicht dass es reicht die Ketten zu sprengen. Aber gut umso besser. Oh wait, wir könnten noch was versuchen. Ok ausschalten geht nicht, schade. Aber wir haben eigentlich alle erledigt, die hier ist 18, Junge. Hier unten gibt es eigentlich nichts mehr zu holen für uns, außer hier noch so ein Munitionspack. Und unten sind noch Leute halt. Da hätte es auch jemand. Schön verstaunen. Tadaa. Oh shit. Ich habe hier eine Frau. Die Frau hier. Die Frau. Die Frau. Die Frau. Und nicht nur für ihre Chrom. Ich glaube nicht. Shit. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Keine Angst. Das war's schon wert mit dem Loot. Alles hier abzugehen. Das war's für eine Kiste. Okay. Das sind die gleichen Sachen. Ja. Okay. Ja. Ich glaube. Ich glaube, ich habe einen Augenblick auf ihn. Er ist... Der ist Tatjol? Ich glaube es. Das will ich. Pemmen, raus! Sol? Du... 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 Du hast meine schweigartige Cigar? Y... Your Cigar? Ich hab dich, du scheiße, ein Cigar, ein paar Kulferen Hunch, und ein paar Mädchen, um mich zu verhalten. Either das, oder du kannst du meine Keister. Easy, Sol. Ich bin hier mit Pan Am. Pan Am? Aber... sie ist weg. Nicht immer. Ich werde dich raus. Du... Ich erinnere mich. Du bist ein Merc. Kannst du gehen? Fuck! Something is out of whack. You're pretty badly beat. Probably could use this. Oh, yeah. So? How is he? Time to don my dancing shoes. Seems not bad at all. Demanded a cigar and some companions. That does sound like Sol. Now get yourselves out of there. On our way out now. I'm firing up the engine. Okay. Just give me the shivvy. You won't pay back. Too late. Got no rafts left to share. You? Alone? All of them? Pan Am watch my back. I can confirm. There is no movement in the compound. I'll pull up to collect you shortly. Be careful down there. Roman could still crawl out of some hole. Okay. Nice. Das. 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 Das es auch anerkannt wird. Und. Der Dialog anders ist. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Sol. Kommst du bitte. Bin einen sicheren Weg. Entkommen durch den Wartungs. Sol. Komm. Komm. Ich nehm trotzdem mal die Pump gunner. Dass jemand da auf uns wartet. Okay. Er kommt. Oh shit. Jetzt kommt der Sandsturm. Natürlich. Fuck. Komm Sol. Nuss. Oh shit. Ich mach bei uns. Letzno. Stimmt allerdings. Oh shit. Es geht gar nichts mehr. Es geht gar nichts mehr. Es geht gar nichts mehr. Auf jeden Fall ist es ziemlich gut. Nachdem ich geladen habe. Sorry. Es lief fast perfekt. Ich finde manchmal müsste man halt wirklich die Leute noch von vorne packen können. Das wird uns einfach aus dem Weg weg. Wir müssen Schutz finden. Die Ingalls-Farm? Gute Idee. Jemandem auf der... Jemandem auf die... Jemandem auf die... Wann ihr ihn? Niemand hat da schon ein paar Jahre gelebt. Biotechnik hat das gehört. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr so gut bin. Siehst du diese Gebäude? Wir werden es dort warten. Ich erinnere mich an diesem Ort. Es sollte sicher sein, zumindest für heute. Es ist nichts. Woah. Inside, quick! Ich habe es nicht mehr so gut. Ich habe es nicht mehr so gut. Ich habe es nicht mehr so gut. Ich habe es nicht mehr so gut gemacht. Ich habe es nicht mehr so gut gemacht. Es scheint, wir sind in der Nacht. Ein wenig Power könnte sein. Kannst du mich helfen? Ich werde es in hier suchen. Nein. Ah... Two of my investors? Oh. Okay. Lousy, rotten way to get them out. Deal with the Corp. You end with nothing, Saul. Don't go there. Not now. Hey, it worked! We have lights! Nice. Okay, dann sehen wir. Nicht so schön. Wie gut so? Damn, it's getting cold. I tried to get us some heat in here. No luck. Can you check it? Might have the magic touch. Actually, you know what? Check the pews outside. It might have come loose. If so, just whack it back in place and I'll get this jumper. Gut, dass ich die Tür schon aufgetan habe. Wer findet das heftig? Die Sandstürme sind nicht ohne. Junge, Junge. Ich hoffe, das hält bis morgen für euch. Oder bis der Sturm vorbei ist. Ich glaube, es geht mir nicht. Ich bin jetzt nicht, wenn ich die Tür schuhe. Ich bin jetzt nicht, wenn ich die Tür schuhe. Do I hear a lecture coming on? No, no lecture. But we do need to talk. That raid's crap. It shouldn't have happened. They wanted everything. Our camp locations, routes, offloading points. If they knew what state we're in, one or two more raids, and that'd be the end of us. And if you hadn't mounted a raid of your own, well, that would have been the end of me. See that? Clenched teeth, furrowed brow. It's his way of saying thanks. We've had our spats. A few. Like any family. They're not worth digging up. I think so too. If you'd like to come back, everyone will be waiting. Arms open wide. But there will have to be changes. No more jumping to the front of the line. And so it begins. You know what's coming? Bigger fucking problems. Maybe a war. We can't hope to handle the Raffens alone. So you would sell us out to Biotechnica? Vade tell him it's a damn rotten idea. If you're gonna bloody the furniture, keep me out of it. You know what, sweetheart? We'll have plenty of time to tear at each other's throats later. That is my hope. But right now, I wouldn't mind catching a few winks. Need help? Fuck off. Huh. Do you know what they call these storms in North Africa? Haboobs. Damn, I love that word. Haboobs. Whoa, what was that about? Two Haboobs. Two Haboobs. Two Haboobs. Two Haboobs. Two Haboobs. What is? I rarely sleep with a roof overhead. Yet this will be the second time with you. When you're on the road day and to night and to day, your butt basically fusing with your seat. You forget what it's like. And? Think this is any better? No. Just different. Yeah, this would make for a decent little motel, wouldn't it? Little fireplace. Booze. Grumpy guy at reception is the one thing missing. Have everything you need, ma'am? Mm-hmm. I couldn't ask for more. How's your whiskey, ma'am? Warm. Subtle metallic aftertaste. Bold, yet smooth. Four out of five stars. Ma'am, I'm sure you'd be cozier with your shoes off. After a full day in them, I'd fear a health code violation. Nonsense. After a day as full as today, you deserve to kick back. Oh? And what did you have in mind? I don't know. I don't know. I have a few ideas. I think you know what kind. Uh... The... No. It's really nice as is. Let's not spoil it, okay? Oh man. Sorry. I... I'm... I'm sorry. I... I'm... I... I'm sorry. What I was thinking. Oh, it's fine. Truly. Don't let it worry you. Right. So... Friends, then. I think that would be best. And Bea... I'm glad you came. It meant a lot to me. Do you hear that? Uh... Nope. Hmm. Mm-hmm. The wind has waned. I can't speak for her boobs, but... When a Chinook rolls rough and rowdy across the plate... I sure can't get any shut eye. Not a wink. Okay. We had him wohl doch'n bisschen zu früh. On behalf of the staff of the independent California Motel... I wish you all sweet dreams. Danke, Johnny. Danke, Danke. Mhm. Ja, und somit herzlich... Willkommen zurück zu Cyberpunk 2077... Da ist es wieder hin, ne? Ist Saul noch irgendwo hier? Das ist ja nicht so aus. Ich habe ihm noch das doofe Teil dort an. Sollte ich mal ausziehen. Sollte ich mal ausziehen. Dann sprechen wir mit Pernen. Jetzt ist er noch hier. Ich habe euch noch ein paar Sachen. Einmal was. Ihr Kompensatio. Bitte in die Arbeit. Sie hat mir nicht geflogen. Sie hat mir gut geflogen. Ich weiß, Pan Am. Ich weiß. So, uh, danke. Once again. Glad I could help. Glad I did. Take care of yourself. You too, Pan Am. And remember, I'm indebted. Okay, back to town, V. I had it up to here with this gusty outback. Du sagst es, Johnny. Riders on the Storm. Mission abgeschlossen. Ich wollte schon lange hier weg sein. Jetzt bin ich schon wieder hier. Wir gehen gleich. Noch kurz schauen, ob wir mit Sol irgendwie reden können oder so. Klar gerne doch. Ich bin da für Freunde. Ich bin da für Freunde von Freunden. Naja dann, haut rein. Teddy sehen wir uns. Hab ich gar nicht gesehen, dass noch eine mehr hier ist. Und was mit dem Bike? Bekommen wir das? Shoot and Ride. Nice. Ich bin da für Leute. Super sehen wir uns hier. Ich bin da für Leute. Wir gehen hier. Ich bin da für jemanden da. Ich bin hier. Alter, haben wir viele Aufträge? Ähm, ja, das haben wir immer noch nicht, äh. Ich fahre dann nochmal hin zu diesem Gebiet. Und dann würde ich stellen, was ist dann für diese Vogel? Aber ich fahre noch kurz hin. Hm, schönes Auto. Noch ein cooles Bike irgendwie. Hat er's. Stich Four, Stich Lex. Zum Haul這麼 gut. Das ist jetzt besser. Ich bin骚iger. Okay, das war nicht das, was ich eigentlich meinte. Okay, ich stelle mich mal kurz hier hin. Und dann würde ich sagen, war's das von dieser Folge 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüüü. mehr in line than anywhere else. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. The next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai. We have a city to burn.